Seid ihr schon auf der Map drauf? Ja, ich bin bei so einer rotgezügelter Fabrikhalle. Ich sehe jemanden, siehst du das? Ja, wir rennen gerade. Hallo, hallo. Wir sind es auch, geht ihr mal in die Halle rein. Hallo, hallo. Und jetzt, Achtung, Achtung. Wie will ich jetzt das? Das wird C. Okay. Wenn jetzt hier irgendein Spieler in die Halle reinkommt, der denkt sich auch, was ist mit den Skepsis kaputt. Okay. Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich noch? 39 Minuten. Okay. Ja, dann. Achso, achso, das Wort zum Sonntag. Achso. Okay. Mit F1 könnt ihr halt so ein bisschen... Normal, normal. Normal, normal. Warum? Well, du zu wenigstens. Was ist das? Ah, zu wenigstens. Achso. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Und wenn ihr doppelt Y trügt, dann habt ihr zum Beispiel das hier. Doppelt Y. Da! Hier! Warte mal! Das ist so geil! Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Okay. Wir gehen entlang den Gleisen. Dass man uns gut sehen kann. Ja, okay. Da vorne ist einer! Da vorne ist einer! Ich kann es gar nicht! Los, los! Los! Riesi, komm! Das ist so geil! Jetzt mit den Barschern, dann mit den Barschern. Homo! Wo bist du? Homo! Wer ist das denn? Achso, wir sollten uns immer nicht so verteilen. Weil sonst kommt irgendeiner um die Ecke und dann wird direkt umgeballert. Hier unten? Natürlich unten. Ich nehme den Panzer. Homo! 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 Wo ist der Pisser hin? Oder wird geschossen? Bei mir nicht. Wie, sitzt der Pisser hin? Hz-hä! Hz-hä! Chiki-briki! V-dummki! Woa! Und! Woh! Und im Loch! Unten im Loch. Unten im Loch? Ja. Jetzt ist einer von uns, oder? Oh ne. Einen hab ich. Loot, 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 loot. Da hinten ist vielleicht noch einer. Da hinten. Ach die Augen auch. Ich hör Schüsse von links. Was sagst du? Oben an der grauen Kante. Ganz oben. Wo, wo? Oben am Zaun, geradeaus. In die Richtung, wo wir laufen. Ja, gesehen, gesehen. Kann man vielleicht noch ein bisschen näher lassen, komm. Ich glaube, wir gehen in die Richtung von der Fabrik. Ja. Ja. Geht in die Richtung von der Fabrik. Ich bin jetzt an der Fabrik. Ja, ich geh jetzt rein. Ok, ich geh rechts um die Fabrik rum. Ich werde beschossen. Von einem. Hinten. Äh, hinten. Hintere Seite. Aber ich glaube, das ist ein Scaf. Ist jemand drin von euch? Ja, ich bin drin. Ja. Ich bin in der Fabrik. Ich glaube, ich habe ihn getötet. Achtung, ich komme rein hinten. Ne, ich habe keine Mütze. Hat der was dabei? Irgendwo von mir Schrot drin gehört? Der hat eine Seiger dabei. Ist jemand nur mit der Pistole bewaffnet oder so? Ja, ich... Ach, ach. Ja. Also ich bin fast tot. Ich muss mal gucken, ob der was zu heilen dabei hat. Ich... Da natürlich nichts dabei, wahrscheinlich. Ja. Willst du dir mal die Seiger nehmen? Ich habe sie genommen, ja. Und dann nehme ich die. Naja, okay. Wir gehen... Äh, wieder raus Richtung Panzer. Ich habe... Ich habe auf den einen ein ganzes Magazin, äh, reingerotzt, äh. Ne? Von, von der... Von, von der... Ja. Oben auf dem Berg. Äh... Das ist ein Scaf. Hier. Okay. Ähm... Das ist KI, oder? Kann du das sein, ja. Mal das Gear angucken. Leider ist auch nicht mehr, was? Das muss schon wieder nachbleiben, Alter. Läuft einer ohne irgendetwas? Der... Kommt euch jetzt entgegen, da. Um den Fels. Ja, hab ihn. Nutten? Nutten! Bitte. Nice. Hint da uns noch einer? Oder ist das einer von uns? Ne, das... Das bin ich. Ah, okay. Äh, ist das der, der da oben auf dem Berg war? Ja, der ist runtergegangen. Ja. Okay. Ich guck grad mal, hab ich... Wo ist mein... Da ist mein Tablet. Ich guck grad, ob ich ne Map hab. Von... Weil wisst ihr, wo... Äh, die Ausgänge sind? Keine Ahnung. Ja, siehst du? Äh, ich guck mal, ob ich die Map hab. Äh... Okay, warte kurz, dass er gucken kann. Kurz. Aber ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Also da ist es auch egal. Ja, so nach einer Schiene, nach einem Panzer und nach einem... Ja, ich hab hier so ne beschissene Karte. Ich guck mal, ob ich noch ne bessere finde. Interessant. Bis zum Kalki, der Schubstherr arbeitet. Okay. Wo seid ihr denn? Dann bleiben wir grad noch mal kurz stehen. Okay, bleiben wir grad noch mal kurz stehen. Also ich bin hier... Ich bin jetzt an einem von euch dran. Wir gucken jetzt am Halbrand auf die... Ja, wir stehen jetzt halt hier zusammen. Ah. Ja, okay. Gut. Ich leg mich grad mal hin. Ja? 3,4. Keiner, der uns angeschlossen hat? Ne. Ja. Ne. Jürgen? Nein. Ja. Ja. Das ist nichts. Der weiße. Ja. Ja. Na? Oder Sie waren. Nein. Ja. Herr Ralf?